Ich spiele das Instrumenten-Quiz. Ich bin Jan Niklas. Rate mal, welches Instrument er spielt. Los geht's! Das Instrument hat einen wunderschönen Klang. Es ist über drei Meter lang, aber nur so groß. Es ist der Wolf. Es ist golden und es glänzt. Schau mal genau hin. Es erinnert mich an die Berge. Na, weißt du's schon? Jan Niklas spielt Horn. 만 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020